Oh Leute, in diesem Video soll es darum gehen, wie könnt ihr die 2FA aktivieren, nämlich wir wissen alle, man kann nur zum Beispiel Skins, Emotes etc. einem schenken, wenn man halt die 2FA besitzt und natürlich auch bei den ganzen Turnieren teilnehmen. Jetzt in Kürze haben wir das dritte Switch-Turnier, da wollen natürlich auch die meisten wieder mitmachen und natürlich auch dafür benötigt man die 2FA. Warum? Weil man das einfach bestätigen muss, dass der Account einem selbst ist und nicht in Anführungszeichen woanders her ist. Deshalb hat Epic Games halt einfach diese Sicherheit eingebaut, dass sich nicht irgendeiner auf euren Account einloggen kann und damit in Anführungszeichen irgendein Blödsinn machen kann. Heißt ihr ladet euch jetzt sage ich jetzt einfach mal für 80 Euro Rebugs auf, ihr werdet quasi gehackt und dann geht derjenige hin und verschenkt einfach an sich selbst sage ich jetzt einfach mal 5 Geschenke, ihr geht 3 Tage nicht online, zack sind 10.000 Rebugs weg. Was bekommen wir auch noch gratis dazu, wenn wir die 2FA aktivieren? Den hier, den gibt es dann noch gratis dabei. Also sobald wir die 2FA aktiviert haben, bekommen wir schon mal Boogie Down. Dann des Weiteren, ich habe nämlich eben nochmal selbst geguckt, da gibt es nämlich jetzt irgendwie schon ein paar Änderungen, weil wir bekommen sogar noch mehr. So. Erstmal, wenn ihr unten den Link, ich habe einen Link extra in die Videobeschreibung gemacht. Das Ganze führt euch dann genau hierhin. Genau hier werdet ihr landen. Ihr müsst euch dann hier oben rechts Konto einloggen. Klar, einfach eure Einlogdaten, Konten verbinden. Dann müsst ihr hier zum Passwort Sicherheit gehen. Dann hier, wenn ihr ein neues Passwort haben wollt, müsst ihr es natürlich hier bestätigen. Und dann gibt es hier die 2Faktor Authentifizierung, auch 2FA genannt. Dadurch hast du halt natürlich Zugriff zu den ganzen Turnieren und kannst natürlich auch Skins verschenken. Genauso aber auch erhalten. Wie können wir das Ganze inzwischen alles machen? Entweder mit einer App. Da gibt es im Prinzip, warte, ich glaube ich habe eben selber nochmal nachgeguckt. Da gibt es nämlich verschiedene Apps inzwischen. Ah, hier steht es. Einmal den Google Authentifikator, dann LastPass Authentifikator, Microsoft Auticator und Auti. Im Prinzip bekommt ihr da quasi nur einen Code zugeschickt. Den müsst ihr dann eingeben auf der App. So, ihr seht, ich habe das Ganze hier per SMS gemacht, weil ich einfach keinen Bock habe, jedes Mal in mein E-Mail-Postfach zu gehen. Aber solltet ihr das halt nicht wollen, keine Ahnung, Handy verloren, Handynummer weg. Ja, dann ist das natürlich auch ein Problem. Dann könnt ihr natürlich immer noch das hier benutzen. Ihr gebt einfach an eure E-Mail-Adresse, die ihr eingegeben habt, kommt dann ein sechsstelliger Code. Den müsst ihr hier eingeben, dann auf Fortfahren. Ich mache das jetzt nicht, weil ich bleibe bei meiner SMS-Variante, weil es für mich einfach am simpelsten ist. Ich habe mein Handy immer neben mir liegen und so kommt der Code. Ich gebe ihn ein und dann hat sich das Ganze auch wieder gut. Wenn man natürlich immer am selben Gerät ist, wird man sowieso nicht gefragt. Und das war es eigentlich schon. So habt ihr die 2FA aktiviert. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Warte mal, ich habe eben selber noch mal was anderes gesehen. Nämlich, das gibt es nämlich auch noch. Also, ihr bekommt einmal den Boogie Dance. Und für alle die, die Rettet die Welt haben, ihr seht es hier, bekommt man noch 50 Slots fürs Waffenlager, 10 Rucksack Slots und ein legendäres Trollschatz-Lama. Also, wer die 2FA noch nicht aktiviert hat, selbst dafür lohnt es sich eigentlich schon. Ihr bekommt, wie gesagt, einmal den Tanz plus noch ein Rettet die Welt. Ein paar Sachen. Sollten immer noch Fragen bestehen, einfach in die Kommentare schreiben. Wir werden schon irgendwie eine Lösung finden. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß bei und ihr könnt dann Geschenke verschenken. Natürlich auch gerne an mich. Und natürlich auch ihr könnt dann Geschenke erhalten. Weil wir wissen, viele YouTuber verschenken auch Skins und so habt ihr auch die Möglichkeit, diese zu erhalten. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.